Alter, aber das erinnert mich jetzt wirklich voll an Serious Sam. Ich habe aber, glaube ich, damals nur den ersten Teil komplett durchgespielt. Ja. Nur den ersten. Aber war auch mal was Witziges, ne? Einfach ohne nachzudenken, ohne Story, ohne alles. Einfach, äh, drauf zuballern. Es war auch, glaube ich, der erste Shooter gewesen in diesem Bereich. Wirklich völlig ohne Nachdenken. Und, äh, ist bei manchen Leuten... Wolfenstein. Ja, Wolfenstein ist natürlich geil. Da kommt mir gleich eine Träne aus dem Knopfloch. Alter, gut zu wissen. Die Kisten können wir auch einfach mal zerschlagen. Da wollen wir nicht mal feuern. Ach so, jo. Habe ich gerade mal ausprobiert, so spontan. Trotzdem, wenn ich die Pistole... Naja, gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne? Ja, super. Oh, was ist denn da? Hast du eine Katanne? Ja. Katana. Was dat? Molotov. Boah, sind ja zwei Seiten. Was soll das? Alter, wo gehen wir hin? Ist es ein Pillen? Ja, 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 ja. Hier, auf dem Boden. Bis ich da bin, sind die wahrscheinlich wieder weg. Okay. Äh, scheiße, was machen wir denn jetzt, ey? Wir gehen hier die Treppe hoch. Scheißegal. Oh. Am besten noch im Kreis. Im Kreislauf. Oh. Alter, wie geil das aussieht. Alter, einmal gucken. Einmal gucken. Wir müssen ja nicht direkt durchrushen, wie doof. Bitte? Was? Was hat das hier gesagt? Was, wie doof. Hat der gesagt, wie doof. Da ist noch eine Waffe. Coole Idee. Coole Idee. Kabum. Kabums, Bums, Bums. Er hat Bums gesagt. Er hat Bums gesagt. Er hat Bums gesagt. Nein, ich habe auch K. Und Bums gesagt. So. Äh, pass mal auf. Jetzt ist natürlich... Aua. Den habe ich gedrückt. Jetzt ist die Frage, müssen wir da hinten den anderen Gang auch entlang, oder? Ich weiß jetzt nicht. Hätten wir da irgendwas machen können, Alter. Geht's da weiter? Ja. Hunter. Aber wo? Komm runter. Ich glaube, auf der anderen Seite hier. Nee, hä? Alter, das ist hier sehr verzwickt, ne? Ja. Oh nein. Alter, wo sind wir denn hier alles? Kommen wir da durch? Da, da ist wieder so eine Barriere. Ey, Alter, wo gehen wir denn jetzt überall hin? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ich kann mich an diese Statue in der Mitte aber jetzt nicht erinnern. Oder waren wir hier am Anfang? Das war aber vorhin... Ja, doch. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Stimmt. Wir sind hier oben rausgekommen. Und da sind wir hergegangen. Das heißt, dann gehen wir jetzt hier her. Ja, aber dann wissen wir wenigstens Bescheid, ne? Ja. Äh, bist du hier einfach reingesprungen oder was? Das ist einfach nur ein Boden. Ach, das ist einfach nur ein Boden? Ja. Ja, also diese Boden heutzutage, ne? Ist auch eine Bodenbesuchungverschämtheit. Also in Crash Bandicoat wäre da ein Loch. Ach so scheiße, was hast du gemacht? Ich, äh, ich war das nicht. Ja. Also wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, ich war es nicht. Oh, ich schwimme. Ich auch. Alter, da liegt's auf. Äh, warum ist da jetzt was aufgehen? Alter, geil. Wieder zurück, wieder zurück. Ja, ne, 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 ne. Ganz easy, ganz easy. Wir gucken hier trotzdem alles. Ja, nicht, dass du da weitergehst. Super. Hier ist nix. Ja, aber wir wollen auch entdecken. Alter, in diesem Tempel hier, ne? Geil. Alter, in dem Tempel wäre ich jetzt auch gerne im RL. Ich, ich stehe ja voll auf Abenteuer. Ja. Im RL. Stehe ich ja voll drauf. Ganz alleine. Ach so, hast du Angst mitzukommen? Was? Boomer? Ach, da unten. Alter, das war natürlich toll. Das hast du ja wieder richtig toll eingefädelt. Tschöne! Ja, und bei wem ist er? Bei mir. Das hast du aber auch wieder gefickt eingeschädelt, so. Mit der Kotze. Ist nicht drin. Ich bin runtergegangen. Alter! Hilfe, 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 Hilfe. Schnell, 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 schnell. Töne ihn! Schnell! Stopp, 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 stopp. Das ist Tom, wo es easier to penetrate than the... Ja. Übersetz mal. Übersetz mal. Oh, ich bin leider durchlaufen. Ah. Ja, schade. Schade. Schade, schade, Pupade. Ihr müsst auch schon drauf schießen. Ach, scheiße. Da hat mir wieder alle die Tabletten geklaut. Hier sind Tabletten. Gewesen. Alter, ich mach euch alle tot. Ich mach euch alle tot. Ihr werdet alle sterben. Stopp mal eben, stopp mal eben, stopp mal eben. Stopp mal eben. So viel zu dem Thema sollte man auch mal anwenden, ne? Ja, und das brennt jetzt die halbe Stunde. Ja, ist doch geil. War doch eine coole Idee gewesen von mir, oder? Hier ist eine AK mit... Oh. Oh, wo, 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 wo? Hier auf dem Boden. Okay. I have it. Halt. Äh. Ach ja, Molotow hab ich ja nochmal. Ja, okay, die halbe Stunde ist rum. Äh, wir können hier weiter. Nice. Stopp mal eben. Was ist... Ah, da ist... Da ist einfach nur dunkel. Was für ein Baby? Hast du jetzt schon... Stopp, 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 stopp. Hast du schon wieder ein Baby gemacht in der Zeit? Alter. Mit Fallen. Wie geil. Oh, Alter. Guck mal, Minecraft-Glas. Also. Jao. Aber ehrlich, wie Minecraft. Ähm. Ich trau mich jetzt nicht, aber... Ich bin. Ich bin. Das ist doch scheiße jetzt. Nein. Doch. Doch, spring mal. Hä? Ist auch nicht kaputt. Ach da, ich seh hier nix im Dunkeln, ey. Pillen. Alter, ich kam nicht dazu, die aufzuheben. Äh. Oh, hier sind auch Speere. Der läuft da einfach so her. Oh, oh. Oh, 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 oh. Medikit. Oh, ey. Noch ein Hunter, noch ein Hunter, noch ein Hunter. Ist der tot? Oh, nein. Mi, 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 mi. Alter, war das Schofel. Alter, das war aber jetzt echt Schofel. Da war der in greifbarer Nähe und dann machen die den weg, ey. Alter, hier ist er nach allen Seiten hin. Alter, auf mich ein Charger, ich brauch Hilfe. Alter. Äh. Wie kriegen wir den denn jetzt? Reinigen wir das hier erstmal alles. Okay. Dann müssen wir gleich nach vorne und, äh, irgendwas. Und machen eine gute Figur. Wir müssen ihn töten. Wen töten? Den töten. Den da hinten? Ja. Habt ihr ihn tot? Halt. So. Geil, ich hab ihn getötet. Mit dem Gewicht. Ich hab mich auf ihn gesetzt. Guck mal, wie der das Gesicht aufzieht. Äh, warte mal. Nicht da reingehen. Nicht da reingehen. Guck mal, T-Bank. Cool. So, pass auf. Jetzt guck ich erstmal, ob man den da hinten kriegt. Ich komm dir hinterher. Ist der frei? Alter, wo ist der hin? Ist nicht da? Der war hier doch. Waffen. Aha. Waffen, ne? Nicht Waffeln, sondern Waffen. Alter, was ist das denn? Was sind das denn für Viecher? Oh, oh. Gesundheitsmäßig bin ich ja jetzt nicht mehr ganz so, aber... Stopp. Oh, es sieht normal aus. Äh, stopp. Meine Waffe hab ich wieder fallen lassen. Alter. Okay. Alter, das sieht da hinten ja ziemlich heavy aus. So, ich halte mich mal eben schnell. Ich hab keinen Bock, hier abzukacken. Ey, da hab ich keinen Bock drauf, Elon, hä? Ey, hier ist sonst nix. Da ist noch ne Schroti. Und Sprung! Scheiße, da hinten ist, äh... Ja. Ungetier. Da hinten ist Ungetier. Äh, böse. Alter, 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 alter. Ganz cool. Ich wär fast reingeflogen. Oh, scheiße. Alter! Ihr sollt euch vorher schreien. Alter. Das ist hier nichts. Nein. 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 Was ist los? Handtaschen ausverkauft. Da springe ich jetzt nicht drauf. Ja. Da oben wird was ausgelöst. Äh, stopp. Nachladen, 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 nachladen. Oh, warte. Alter, was, 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 was kommt denn da gleich raus? Oh, nee, das ist ein Charger. Oder? Ganz, ganz, ganz easy bleiben. Ich glaube auch. Seid ihr in meiner Nähe? Tot. Super. Wie verbögt. Sie kommen. Sie kommen. Oh, nee, ne? Alter. Boah, das hörte sich gerade noch so scheiße an bei mir, weil ich, ähm, eine Adrenalinspritze genommen hatte. Okay, ihr haltet mir den Rücken frei, ne? Ja. Dann kommt nichts. Scheiße, ey. Ich hab keine Muni mehr. Nein. Was ist los? Ich bin reingejumpt. Ja, da passiert doch nichts. Es sieht nur grün aus. Es sieht nur grün aus. Ist ein bisschen Pipi. Alter, da... Hinten ist der Arne schon wieder im Wasser. Alter, ich brauch ne neue Waffe. Ich habe keine Muni mehr. Alter. Du lässt zu viele durch. Hilfe. Hilfe. Alter, da sind aber auch Masten. Jetzt mal ohne Scheiß. Tut hat Not. Boah, ey. Das geht ja gar nicht. Wo kommen die denn alle, ey? Ach du Scheiße. Komm hier mal mehr. Ach egal. Komm. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Okay, Waffe habe ich. Und ne Waffel auch. Waffen. Waffeln. Au. Man kann so ein Fass, was runterrollt, auch zerschießen. Habe ich gerade gemacht. Ey. Hast du das mitgekriegt? Ja. 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 Ich sagte... Ach du Scheiße. Du kannst die Fässer kaputt schießen? Genau. Okay. Mann, 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 Mann. Alter Falter. Ist das krass, ey. Bist du verletzt in der Brühe? Nein. Alter, meine Molli ist gleich schon wieder alle. Ich glaube, hier lohnt es sich irgendwie Molli zu werfen oder so. Ja. Ja. Ey. Wie viele, ey. Ich schmeiß mal. Ich weiß aber natürlich nicht, ob das hier jetzt brennt, ne? Ja, brennt. Brennt. Gut. Alter. Da kommt doch schon wieder das nächste da hinten an. Hat einer noch einen Molli? Nee. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, Boomer-Kotze. Ja, die bleiben auch da stehen dann wenigstens. Oh. Ja, verbrühe euch gegenseitig. Alter Schwede, ey. Aua, von hinten. Okay. Schieß nach hinten. Okay. Ich schieße hier vorne. Alter, das scheint überhaupt kein Ende zu nehmen. Alter, das wird immer mehr. Die überrennen uns. Ohne Scheiß, ey. Ich, ich, ich glaube, wir müssen durch. Ich glaube, wir müssen weiter, ja. Ich hoffe, hier hat jetzt gerade keiner was hingeschmissen. Okay, weiter, 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 weiter. Alter. Alter, ist das Hammer. Hier ist der Safe-Room und da kommen die alle raus. Und da sind die alle drin. Ich hätte besprochen. So, soll ich mal zu machen? Ja, mach mal zu, wenn alle drin sind. Alter, wir haben es geschafft. Alter Falter. Die kamen ja immer mehr nach. Alter. Boah, 252 Abschüsse. Ey, leck mich am Arsch. Aber du kannst es nach dem Spielen machen. Ich hoffe, du hast das zum Coach gesagt oder zu den Zuschauern. Nein. Nein. Die haben Zuschauer. Nein. Ich will dir ja nicht das Vergnügen nehmen. Abonniert mich. Abonnieren, favorisieren, sterilisieren. Ich brauche Deckung zum Karten.